Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Red Dead Online Challenge mit allen aus dem Team Peel's Meat. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute nehmen wir einen Vorschlag von euch an. Ihr habt euch gewünscht, wenn wir bei Red Dead Online es doch mal versuchen, so viel Kopfgeld wie möglich zu sammeln. Und wer es schafft, am meisten Kopfgeld zu sammeln, der gewinnt. Die Regel ist halt nicht uns gegenseitig killen. Dann würde ich sagen, es geht los. In 3, 2, 1, go! Oh, what? Was war das denn? Was ist passiert? Ich bin schon, ich bin schon versauen. Oh, wieso werde ich denn jetzt beschossen? Ich bin tot. Ich habe gar nichts getan. Mal sagen, sie haben einfach verloren. Ich habe 15 Cent schon. Ich bin tot einfach. What the fuck? Cool. Viel Spaß, Jungs. Ja, danke schön. Ich dachte, die schießen so schlecht. Was war das denn jetzt? Ja, tun die eigentlich auch, aber Sepp scheint da irgendwie Probleme zu haben. Alter, jetzt bin ich Schlachter. Oh mein Gott, stimmt. Die Online-Ehre wird ja verringert. Wann werden die Tassen zu? Erstmal auf Positionen gehen, ne? Ja, man hat ja Zeit. Das Problem ist, ihr seid auch so roter Punkte wie die Polizisten. Ich hoffe, ich. Was heißt denn, man hat Zeit? Ich bin ja nicht tollen hier. Du hast doch ewig Zeit. Also, wenn du nicht stirbst, ist doch alles super. Das stimmt. Das ist dann das Dead-Eye. Dann stimmt. Ja, du kannst halt nicht die Zeit anhalten online, ne? Also. Ja, aber dass das Zielen halt zählt, dachte ich, würde gehen. Mit den Kreuzen. Scheiße. Boah, starker Schuss, Jay. 90 Cent Kopfgeld, Jungens. Ja, 1,80 Euro, Junge. Gib mal was. 1,15 Euro. Bin ganz böser Finger. WTF. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das ist ja fast eigentlich. Oh, lol, was? Schlagen. Oh, Jay. Oh, Jay. Lol, ich bin. Ich habe nach hinten geschossen auf einen und bin mit einem anderen. zusammengestoßen mit irgendeinem komischen Passanten einfach, glaube ich. Wer schießt denn da oben auf mich? Ich bin dabei gestorben. Oh, wow, wie belastend war das denn? Ja, das bin ich. Ja, dann gehen wir mal mit der Kompare der Kreuzung. Ich habe Schlage 1,30 Euro, habe ich bekommen. Das ist ja das Outdown, okay. Kriegt die eh nicht. Also. Der Jay ist auf jeden Fall schon mal weitergekommen als ich. Ich hatte nämlich gar keins. Ich habe nämlich nicht mal was getan. Du setzt uns wieder auf der Suche. Meld das doch mal den Behörden, du Scheiß-Zeuge. Wir haben jetzt 2,30 Dollar. Dann geht doch besucht. 2,30 Dollar. Komm, Bram hat doch gar kein Kopfgeld. Oh, jetzt. Ich spiele hier mit dem Feuer gerade. Ich muss mich erst mal in die richtige Position setzen. Ich weiß nicht, ob es eventuell mehr Kopfgeld gibt, wenn du sowas machst wie eine Postkutsche überfallen. Kopfgeld 30 Dollar. Oh Gott. Ah, geht top. 30 Dollar. Was hast du denn gemacht? Entschuldigung. What the fuck. Alter. 30 Dollar direkt. Ich wollte keine Angst. Das wäre stark gewesen dran. Na guck mal, so muss ich auch keinen Kopf bezahlen. Ich habe richtig Geld gespart. Voll gut die Challenge. Ja, du hast halt nur verloren, aber ansonsten. Ja gut, ich hatte eh keine Schnitte. Also so schnell, wie ich einfach über den Haufen geballert wurde, für nichts tun. Ich gucke mir das hier. Ich gönne mir das hier mal. Ja, gönne mir das mal. Ich bin bei 3,55 Dollar. Ich habe einen Dollar zusammen. Das ist schon mal nicht schlecht. Mal gucken, ob wir das Maximalkopfgeld hinkriegen von 200 Dollar. Kappa. Du musst jetzt bei Gramm schließen. Kopfgeld bezahlen. Oh shit, Alter. Ich habe einen Headshot gekriegt. Peter ist top. Peter ist top, ja. Wie viel leidest du? Boah, 3 Dollar. Die müssen es doch noch haben, ne? Nachgucken, nachdem du tot bist. Ah ja, stimmt. Holy shit, Alter. Alter, da oben ist Gramm, okay. Na ja. Leute. Hallo, Officer. Kann ich Ihnen helfen? Das ist aber auch geil, wie wir halt einfach so wie in der Mappeschur hier zugucken, wie die ganzen Leute abgestossen werden. Wir einfach seelenruhig hier rumsitzen. Auf der Bank. Wie viel hattest du, Peter? 4,35. Oh ja, wohin. Was hat denn da vorne? Wer schießt die auf mich? Ja, das sind, das sind hier andere Spieler. Gramm, da sind auch vielleicht Sheriffs, die halt dich nicht mögen. Sheriffs-Sheriffs, ja, genau. Hä, wieso werde ich denn jetzt gesucht? Nee. Aber die Spieler von schießen, glaube ich. Hä, bist du denn ja? Ich bin Komplize? Ich bin auch gesucht. Gramm hat mir erst mal einen Headshot gegeben. Ich auch. Ich muss abhauen. Jürgen, das ist voll geil, die anzureimpeln hier. Oh. Ich habe jetzt schon mehr Kopfgeld als in der Challenge. Ich bin Komplize, das ist halt das Beste. Ja, what the fuck? Weil wir wahrscheinlich in einem Trupp sind. Ja, wahrscheinlich. Ich bin jetzt bei 4,50. Ich brauche noch ein bisschen Geld. Ja, 4,50? Da hast du doch schon gewonnen. Ja. Achso, der hat sich 4,80. Ah, cool. Ja, easy. Nee, 4,35 hatte ich. Ja, dann. Ach, Christian ist auch schon gestorben. Das habe ich gar nicht getroffen. Das ist der verwirrteste Trupp aller Zeiten, ey. Aber ich lebe ja noch. Spielen wir noch eine Runde? Ja, ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde. Ey. Oh, Entschuldigung. Wenn du da stehst bei mir, dann kann er hier... Alter. Anklage erheben. Erste Runde geht an Bram. Good job, Bram. Nice, Bram. Herzlichen Glückwunsch. Ich will jetzt länger als eine Sekunde überleben. Okay. Seid ihr soweit? Gleiche Challenge nochmal. Ja, ja. Okay, dann let's try that again. Geht los in 3, 2, 1, go. Alter, bloß weg von euch. Tekken, ey. Ja, ich würde auch mal ein bisschen mehr. Das ist einfach ekelhaft bei euch. Ja, mal überlegen, so eine... Das ist einfach ekelhaft bei euch. Oh Mann, wieso sind denn jetzt hier immer noch diese Spieler? Dieser dreckigen Spieler. War das hier? Kannst halt keinen Private Server machen. Hey, Peter. Hey. Oh Mann, ey, ich bin einfach... Ich kann doch einfach nicht vor Auto fahren, ey. was ich fährt. Gopat, verpiss dich von mir, Alter. Ja, zum Glück hat JD die Rotze da an sich. Also ich reihe jetzt gerade durch Sondene hier. Ist keiner. Kann ich die Farm, ist sie über... Kann man hier Läden überfallen? Ich probiere das mal. Weiß nicht. Komm mal auf. Nee, geht nicht. Krass. Hier in der Stadt ist keine Sorge. Hier wollte ich hin. Hier ist nix. Was ist das hier? Ja, wahrscheinlich ist alles... Jetzt haben wir alles leer gefegt. Leer gefegt, weil wir hier ganze nur Scheiße bauen. Wer rennt denn hier rum? Hallo? Ich. Vielleicht. Weiß ich nicht. Hier auch. In der Singleplayer-Kampagne kann man hier auch auf so'n Häuserdach drauf. Da. Da ging der Singleplayer. Ah, hier. Da, da, da war das. Hier war das doch. Ja, hier war das auch. Aha. Verbrechen gemeldet. Ja, ja. Schönen guten Tag, der Herr. Ich hätte mal gerne erstmal... Wieso rennt hier noch einer rum? Ja, weil ich vor dir hier war. Am Arsch. Nee, nicht am Arsch. Ich war vor dir hier. Mal runter da. Meine Kutsche. Ach, scheiße. Das geht gar nicht auf der Kutsche. Oh, Mann. Nein, ja. Wieso sind denn hier keine Leute? Bram hat sie alles schon abgeknallt. Oh, shit. Das war das Tier. Warum ist es ihm runtergefallen? Oh. Der Wink hat fast gestorben. Holy moly. Hält so'n Tonic eigentlich lange? Keine Ahnung. Aber dann wollen sie mir so'n Tonic rein. Ich hab gerade fünf Stück getrunken oder so, während wir gekämpft haben. Da ist ein Pferd. Töten wir dieses Pferd. Tier getötet. Nice. Oh, shit. Hoffentlich hat's jemand gesehen. Zeuge. Tierquälerei. Oh, boy. Du kommst mal mit, dann leg ich dich auf die Gleise. Christian legt Leute auf die Gleise. Find ich auch gut. Ja, für sich. Hey, Bram. Geht. Nachbar. Da unten ist einer. Wer ist denn hier unten? Oh, nein. Goppert ist hier. Oh, mein Gott. Die haben hier abgeschüttelt. Nee, der ist jetzt bei Bram und mir. Ja, ich sag dir, der hab ich abgeschüttelt. So, Mord. Der kann sich mal verpissen, bitte. Jetzt zu mir. Wo reiten wir denn hier? Nee, Bram ist das. Bram kannst du mal meinen Polizisten hier in Ruhe lassen. Jetzt visiert der immer dich an, wenn ich ziele. Mach mal nicht. Okay, ist jetzt Züter auf der Suche. Oh, shit. Wo kommen die denn jetzt her? Nice. Dankeschön, Sepp. Oh, Mann. Jetzt wird es aber ganz schön dunkel, ey. Oh, shit. Wo kommen die denn alle her? Alter, was war das denn? Am Arsch. Boopatz hat mich getötet. Ach, fickt euch doch, ey. Das mit den Spielern ist doch behindert. Der ist Scherrl von Sepp gekriegt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt geht es aber hier richtig ab. Oh, Gott. Oh, Gott. Wie viel die Kavallerie kommt. Ey, 25 Cent immerhin schon. Also, lange durchgehalten. Ich habe mein Auto mit meinem Wagen festgefahren und mit meinem Pferd. Oh, Mann. So, was ist da kacke mit den Spielern? Also, bisher habe ich einen Führer und einen Diebstahl. Oh, schnell wieder nach oben. Oh, Alter. Jetzt sieht er da noch raus. Hier. Wieso knallt ein Gupp hat sich nicht ab hier? Oh, hier läuft auf jeden Fall gerade. Ist denn da oben? Wir haben ein bisschen die Munition, ihr Affen. 65. Oh, Polizei kommt wieder. Andalismus? Ich bin doch voll der Nette, Junge. So, jetzt habe ich Guppa, der liegt. Wo ist er? Ich frage mich, wie Brahm auf dieses Dach gekommen ist. Ich schaffe das nicht. Das war mein Dach. Eigentlich nicht unerspringend. Junge. War schon gut gemacht, ja? Ja. Alter, sie verfolgen mich. Wie bei Walking Dead, die Zombies. Haut ab. Oh, von vorne jetzt. Nicht gut. Oh, starker Schuss, Jay. Alter, 420 haben wir jetzt hier. 420 hast du schon? Ja. Das ist stark. Das ist echt krass. Ich habe noch gar nichts. Also, wenn du keinen tötest. 440, Junge. LoL. Alles klar. Okay. Der erste Polizist, der mich gesehen hat, hat mich erschossen. LoL. Ich habe noch kein Kopfgeld. Ja, Frau Christian. Oder? Da siehst du ja gleich. Oh, Tier getötet. Ups. HoLolololol. Erstmal. Erstmal. Schön. Schönen snacken. 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 Boah, Alter. Ich mache aber auch Kipps. Also, ein einziges scheint wohl zu sein, Leute zu töten. Also, Pferde stehlen, Kutschen stehlen, Leute irgendwo hinlegen, wo die dann sterben. Und dann ist nix. Einfach erschießen. Immer drauf. Aber alles andere gab es kein Kopfgeld. Wo seid ihr? Außer, dass deine Spielerehre sich vorhin gerade hat. Ehre. Was kann man sich mit der Spielerehre eigentlich kaufen? Nix, wa? Gar nix. Dafür nur verrucht. Ich glaube, ich bin jetzt hier mit Mord davon gekommen. Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich das im Leben nicht geschafft. Komm her, Meteor. Aua, wir müssen hier weiter unsere berüchtigte Jagd fortführen. Oh. Ah, jetzt bin ich besucht. Lass das mal. Alter, 6,15 Dollar, Junge. Alter, Jay geht voll ab. Du brauchst doch eigentlich nur eine gute Sackgasse. Was? Aber ich habe noch keine gefunden, leider. Ein gutes Nadelöhr hier. Den Hafen. Aus dem Wasser können die nicht kommen. Oh Gott. Oh, no, no, no. Jetzt bin ich tot. Ach, scheiße. Wer hat das denn wieder? Randal, Junge. Von dem Spieler wurdest du nicht gekillt. Juhu. 10 Minuten mit einem Fahndungslevel überlebt. 3 Dollar. Neue Munition, Mario. Oh, die Polizei ist wieder da. No, ich hatte nicht viel Kopfgeld. Oh, ich habe es echt verkackt, diese Runde. Ja, das war das so. Muss ich sofort nachgucken. Okay, das heißt, dann bin ich der Sieger für die Runde, ne? Würde ich auch sagen. 6 Dollar ist schon krass. 7 Dollar 55, ja. 7 Dollar sogar. Dann würde ich sagen, es geht nochmal die dritte und letzte Runde. Ne, warte. Ja, der dürfte uns jetzt nicht mehr mögen. Der hat Bram auch gerade gekillt. Okay, wer kämpft gerade mit dem Mr. Wicked? Mr. Wicked. Ich. Biss ja. Okay, dann würde ich sagen, gelose. 3, 2, 1, go. Geil. Ich hab mal eine andere Taktik jetzt hier. Für alle Scheiße mit den ganzen Spackos, die hier rumrennen. Erst mal dem Pferdchen wieder Essen geben. Erstmal Schnellreise benutzen. In der Hoffnung, dass da nicht so viele Spacken rumlaufen. Das hilft auf jeden Fall, glaube ich. Potenziell. Sagen wir es mal, ne? Potenziell. So. Ein gutes Kopfgeld kriegen wir bestimmt. Will hier ist keiner, ist Nacht. Wissen hier keiner. Nacht ist halt ein bisschen stressig, tatsächlich. Alter, da hier sind Alligatoren. Ich wusste nicht, dass wir hier sind. Vielleicht kriegst du ja Kopfgeld, wenn du einen Alligator tötest. Nee, ich glaube nicht. Nö. Mord! Okay, mein erster Mord. Hier ist noch kein Entwitzig gerade. Oder von keinem gesehen. Wir sind blöd. Das ist schon sehr... Äh, scheiße, da unten ist das. Na gut, wir haben Zeit, ne? Ja, wir haben ja easy Zeit. Ey, kann mal bitte einer den Mord hier erkennen? Ich hab' den Mord einfach nicht anerkannt. Nee. Anerkennen. Weißt du, wer in deinem realen Leben auch so wär, Mensch. Das ist einer. War jetzt nicht so stark von mir her. Hit. Jetzt hab' ich den Mr. Wicked angeschossen, die Arschkuh, ey. Ja, macht nix. Es ist so geil, einfach die Leute einen Headshot zu drücken und dann werden die vom Pferd doch hinterher geschliffen. Oh Mann, ey, ist das so lustig. Kannst du ja selber hinterm Pferd her schleifen. Ja, was der für ne Scheiße, der soll sich verpiesen, Netweep. Hau ab. Hier, das bringt nix, wenn ich einen einfach kaltflügig ermorde, wenn keiner hier ist, der zu guckt. Oh Mann, jetzt kommt der Mr. Wicked zu mir, ey, verpies dich. Schnellreise. Er hat extra die Stadt gewechselt, nachdem ich den Brammer geknickt hab. Ja, der hat Brammer getötet, das kann ich so nicht auf uns sitzen lassen. Das find ich vernünftig. Oh, jetzt wirft der Molotow an. Der hat TNT nach mir geworfen. Oh, das ist Peter. Der wirft die ganze Zeit der TNT nach mir. Hauden, geh mal da weg. Ach Gott, Hauden. Ehre verringert. Paco. Ehre verringert. Zeuge Mord. Jawoll, jetzt geht rund. Kann ich das Pferd holten? Was für Leute hier stehen. Oh, du bist ein Zeuge. Nee, nee, nee. Weißt du, wenn ich nicht sorry sage, dann wird er mich töten. Ich hab aber keinen Push-to-Talk. Oh, schnell schießt er auch nicht. Boah, Junge. Schlachter. Aha, Verbrechen gemeldet. Paco, verpiss dich. Jetzt üff ich die ganze Zeit gegen Mr. Wicked. Ich bin bei 1,35. Polizei. Nicht ermitteln. Hier. Oh, shit. Geil. Polizei ist zu dumm. Oh, Mann. Hat er mich getötet. Die Drecksau. Ich krasse aus. Dieser ganzen Spacko-Spieler. Ja. Du bist so aggressive. Ich tschulde sie alle. Oh, 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 oh. Mr. Fick it, ey. Alter. Don't Fick it. Boah, Junge. Wieder Fettenheading. Oh, shit. Na, ich hab dann mal ein Kopfgeld vom Müll. Was hast du denn für ein Kopfgeld, Sepp? Was hast du denn für ein Kopfgeld, Sepp? Was hast du für ein Kopfgeld, Sepp? Null. Hat er doch gerade gesagt. So. Oh, Leute. Kaulering kommt, oder was? Das ist so laut, glaub ich. Wann? Wir müssen da ganz schnell was essen. Ich würde jetzt einfach alles hier, was hier rumrennt. Oh, nein. Verpiss dich. Jetzt. Das ist nicht gut. Mein Pferd ist tot. Ich bin down. Scheiße. Als ob der so stark ist. Und war das dein Kopfgeld? Fuck. Eins. Weiß ich nicht. Komm. Sag. An. Alt. Zwei. Fünf. Fuck, ey. Da bin ich schon mal drüber. Ja, Mist. Verlastend. Ja, ist ja egal. Arsch, no more. Bei mir kommt auch die Kavallerie. Holy shit. Das sind mittlerweile ganz schön viele, die da ankommen. Ja, einfach alle hintereinander nach. Wegfallern. Oh. Die haben ja mal Aua gemacht. Oh, mein armer Meteor. Wieder blöd. Oh, shit. Oh, der macht sich. Oh, die Drecksau. Der covert sich. Der macht sich im Passivmodus hin und her. Hey, oh. 2C. Ey, sag mal. Ich hab keine Polizei mehr hier. Und ich befürchte... Als ob der mich jetzt mit TNT tötet. Das war mit dem Pferd. Komm, wechsel wieder aus dem Passivmodus. Oh, wenn du mit deinem Pferd war, dann ist auch gleich vorbei, Bram. Nee. Nicht mit meinem. Achso, okay. Das ist auch lustig. Das ist auch lustig. Easy. Oh, ich mich hab langsam gespielt. Mist, die Drecksau. Oh, ich werd hier ganz schön rumgelegt. Oh, dieser Passivmodus ist ja behindert. Mach den doch auch an. Du bist gestorben. Hey, kannst du doch jetzt machen? Ist doch scheißegal. Du bist doch raus oder nicht? Nee, ich will den ja töten. Komm jetzt mal Leute. Das wär echt nice. Aber ich find das geil, dass man mit dem Passivmodus im Online-Modus so geil Leute fixen kann. Wieso hab ich da Wehne zertrampelt? Komm, heil dich schneller. Ich hab nix mehr, was mich heilt. Oh, ja. Ja, ja toll. Liebe Polizisten, können die mal herkommen und nicht da hinten immer rumpimmeln? Oh, das ist gut. Red Dead ist der einzige. Als wenn sie mich gefickt haben. Der einzige Schuder, den ich immer mit Controller befolge. Ja, Tito. Moment, wie viel hattest du? Dann musst du erst nachgucken, oder? Ja, kommt jetzt sofort. Mir doch kackegal, ob ich hier an der Kirche schieße, du Spacko. Okay, wer ist noch dran? Ich bin noch dran. Okay. Wer will meinen Booty? Arschkinder aus, du Spacko. Der ist bei 5,40. Oh, da kommt die Kamelanerbie wieder. Das ist gut. Wenn du die kaputt gemacht hast, kannst du schön plündern, Peter. Nee, jetzt hat der mich schon wieder, die Drecksau. Aber die schießen auch nicht so schlecht, leider. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal kurz hier. Jetzt klaut der mich, die Drecksau. Oh, ich muss nach Land. Ganz schlecht drüber. Wobei der Spaß. 6,80 Dollar. Wer lebt denn noch? Kriegst du ja noch nicht. Da ist man schon bald. Oh, oh. Von hinten? Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Wenn ich jetzt mit der Lachen... Ah, scheiße! Jetzt kommt der wieder, ey! Da ist Mr. Wicked, ey. Mr. Wack, is that. Das war lustig. Keine Muni für meine Shotgun, leider. Eine andere? Brandschrot klingt super. Fliegen. Alter, sieht die teuer. Holy shit. Ich hab jetzt 50 Gegner getötet und 50 mit den Repetiergewerben. Ey, wie toll ist das denn? Die sind auf den gezogen. Ja, die sind echt unverschämt feuer. Das ist die, die sind billiger. Oh Gott, jetzt wird das aber eng. Oh, nee! Oh, ich bin tot. Oh! Getötet von Gesetzeshüder. Ihr kriegt mich niemals leben! Ha, 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 ha! So. Ah, Jay auch erledigt. Oh, shit! Der hat dann bei Teddy! Oh! Oh, ho, ho, ho! Die macht ja ordentlich Schaden. Uh! Das. Leute, da bin ich down. Da war der mit der Shotgun oben. Oh! Fuck! Oh, das klingt gut für mich. Ja, ja, ich hab weniger. Wie viel hast du? Weniger, sagt er. Aber guck lieber nochmal nach. Äh, 7,95 Dollar. Uh! 7,95 Dollar. Dann hab ich die dritte Runde gewonnen. Das war hier die dreifach Challenge. Wer kann am meisten Kopfballgeld bekommen? Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Wenn ihr Vorschläge für andere Challenges bei Red Dead Online habt, lasst uns auch das wissen. Bin ich nicht davon gekommen, Leute. Und wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bin ich nicht davon gekommen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hau rein! Ciao! Tschüss! Tschüss!